Let me love you. Kapitel 22 Hermines POV Ich war endlich wieder vollkommen gesund. Jedenfalls körperlich. Madame Pomfrey hatte mich deshalb gestern endlich aus dem Krankenflügel entlassen. Sie hatte mich noch drei weitere Nächte dabehalten, um mich auch genau beobachten zu können. Jedoch ließ sie mich nur unter der Bedingung gehen, vorerst keine anstrengenden Dinge zu machen. Zum Glück. Da Draco mich nicht mehr besuchen gekommen war, musste ich täglich auf die Besuche von Harry und Ron mit den beiden Mädchen oder Ginny und Luna warten. Doch da diese selber Ferien hatten, hatten sie ja auch nicht den ganzen Tag Zeit für mich. So hatte ich in den vier Tagen ein paar Bücher von zu Hause das dritte Mal durchgelesen und sonst noch viel geschlafen. Auch Krumm hatte mich oft besucht und er bemühte sich wirklich sehr, mir alle Wünsche zu erfüllen, die mir irgendwie einfielen. Er versuchte anscheinend, mich immer noch für sich zu gewinnen. Dabei hatte er wohl nicht mitbekommen, dass er mich eigentlich gar nicht gewinnen konnte. Ich war vergeben, egal was kam. Doch um schnellstmöglich wieder mit Draco Zeit verbringen zu können, musste ich mehr mit Krumm unternehmen. Wie paradox es auch klang, die Leute, besonders Snape, mussten denken, dass zwischen Draco und mir nichts mehr lief. Hatte sich die Lage erstmal wieder beruhigt, konnten wir uns vielleicht wieder treffen. Diesmal natürlich vollkommen heimlich. Dass Krumm anscheinend immer noch total verrückt nach mir war, war dafür also ganz nützlich. Deshalb war ich auch relativ dankbar, dass er mich immer wieder besuchen kam, um mir etwas Gesellschaft zu leisten. Manchmal sah er mir einfach nur beim Lesen zu oder erzählte mir, was so im Schloss passiert war. Doch seine Anwesenheit war immer sehr angenehm. Krumm war wirklich nett. Ich mochte ihn sehr. Doch ich würde ihn nie auf die Weise mögen, in der er mich mochte. Dass er das noch nicht mitbekommen hatte, war jetzt aber auch zur Tarnung ganz praktisch. So betrat ich in diesen Wintermonaten die große Halle. Und da in den Ferien keine feste Sitzordnung herrschte, gesellte ich mich zu Krumm und seinen Freunden, die weiterhin am Tisch für Gäste saßen. Auch wenn die meisten von ihnen einen relativ starken Akzent hatten, fiel es mir ausgesprochen leicht, mich mit ihnen zu unterhalten. Die meisten waren wirklich lustig und ich hatte lange nicht mehr so ein interessantes Frühstück gehabt. Hermine, hast du eigentlich einen Freund? Einer von Victors Freunden musterte mich interessiert. Verdammt! Am liebsten hätte ich jetzt Ja gesagt. Ich war mit Malfoy zusammen. Auch wenn wir uns nicht mehr treffen konnten. Doch aus dem Augenwinkel konnte ich erkennen, dass Snape in Hörweite saß. Wieso hatte dieser auch Kontakt zu Dracos Vater? Nein. Ich lächelte schwach. Und ich konnte erkennen, wie krumm verwirrt den Kopf schief legte. Doch anstatt mich zu fragen, was mit Draco sei, spürte ich auf einmal einen Arm an meiner Taille. Er zog mich langsam näher an sich heran, doch sagte dabei kein Wort zu mir und unterhielt sich weiter mit einem Freund. Wirklich krumm? Was soll der Scheiß? Anstatt mich irgendwie zu fragen, was mit Draco und mir passiert war, fasste er mich direkt an und nutzte die ganze Situation aus. So viel war ich ihm also wert. Ich musste eindeutig hier weg. Sofort. Ich lächelte kurz gezwungen in die Runde. Ich muss gehen, man sieht sich. Die anderen murmelten ein paar Wörter zum Abschied und ich versuchte mich irgendwie aus dem Arm von Krumm zu befreien, der gar keine Anstalten machte, mich zu beachten oder mich loszulassen. Arschloch. Mit zügigen Schritten verließ ich die Halle. Ich wusste ganz genau, wo ich jetzt hin musste. Krumm hatte mir mal wieder gezeigt, dass Draco der Einzige für mich war. Der einzig Richtige. Doch da ich ihn leider gerade unter keinen Umständen treffen durfte, gab es nur einen Ort, der mich irgendwie an ihn erinnerte. Das bat der Vertrauensschüler. Ich hastete die Treppen hoch und meine Schritte wurden immer schneller. Wir hatten dort unsere schönsten Stunden verbracht, auch wenn es viel zu wenige waren. Viel zu wenige, die ich mit ihm verbringen durfte. Ich würde ihn aber wieder treffen. Die ganzen versäumten Stunden nachholen. Das würde ich doch, oder? Meine Schritte wurden langsamer. Mir wurde auf einmal klar, dass ich, wir, keine Chance gegen die Macht der Malfoy-Familie hatten. Es war nicht nur Dracos Vater, der eine Gefahr für uns war. Es war die ganze Familie. Würde ich also jemals wieder alleine Zeit mit ihm verbringen dürfen? Würde es jemals wieder so werden wie früher? Ich hatte das Bad erreicht, doch ich war mir nicht mal mehr sicher, ob ich es betreten wollte. Es würde mich an die Momente erinnern, die ich vielleicht nie wieder erleben durfte. Langsam liefen mir einzelne Tränen über das Gesicht, die mit der Zeit immer mehr wurden. Dennoch drückte ich zaghaft die Türklinke herunter. Doch kurz bevor ich den großen Raum betrat, entschied ich mich anders. Es würde doch nichts bringen. So wandte ich mich ab. Hermine?